Schwerfühler von oben mit dem Stempel dazugehen und überhaupt im Abstand nicht. Allerdings nicht, ob Sie sagen, ich habe ja erstmal in der Vorstellung auch geklärt, wie das ein Gebäude, wie es überhaupt soll. Und danach war das Täter ewig. Wie inwiefern ist das so? Weil die alle Dachmannschaft generell über eine Leistungskarte. Und dann habe ich das erstmal aufgeklärt, dass man eigentlich immer als Privatläuft. Und nur für diese Landesleisterstadt, diese Vereinten. Und das wussten die aber gar nicht. Ja, ich kann mich verstehen. Und wie gesagt, wir kennen ja so viel Wissen mit überhaupt nicht. Und dann habe ich mich sogar auch extra diese Klinierkarte ausgebucht. Und hat mich dann gesagt, du wirst es eigentlich. Ja. Also von daher, dass ich Ihnen das erklärt habe. Und dass es dann nicht um die Auswendung einer Leistungskarte geht. Sondern nur um eine Unterschrift. Die dachten halt, man müsste jetzt eine Leistungskarte und sowas auswendigen. Und was ja in unserer Dachmannschaft dicke Druck drinsteht, dass wir das nicht machen. Ja. Ja. Also wie gesagt, das dachten wir halt. Und ich habe das dann auch mal aufgeklärt. Wir würden halt nicht laufen. Aber das ist ja auch in der Ebene. Momentan ist das für ein Händnis extrem entspannt. Ja. Also ich habe auch schon mal ein Fischverspieler, der etwas getan hat. Weil die ist ja komplett dagegen. Also die ist ja dagegen. Die ist ja dagegen. Entfernt sich ja manchmal die dagegen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Das ist halt wahrscheinlich sehr aussatzend. Und wie auch immer, weil es halt auch sich rumsteht. Und so. Wie sind wir da jetzt? Nein. Wo sind wir da jetzt? Nein. Wie ist denn, was ist die Einzelhandlung? Nein. Das schließe ich mit eins. Für alle mal jetzt hier. Für Sport, das ist es vollkommen. Also ich möchte alle mal jetzt Ihre Freuden an fragen. Also ich möchte alle mal jetzt Ihren Freuden ab fragen. Das hat eine ganze Flöhe angeschleppt. Ich weiß auch, wenn man war mit Freien in Österreich. Beobachtig, was das ist, wo wir sie sehen. Das ist das Dorf. Aber an der Schnanose, ja genau. Und wir haben hier auch ein bisschen zu sehen. Und dann schaffst der, das war's dann, ja weiße, was wir haben. Ja, da haben wir noch mehr hinterher. Ja, da hat er jetzt gar nicht noch den Stoff ausgesetzt. Und eigentlich, um zu wachen und dann kann man den Stoff und Druck machen. So. Egal, dann ist das so gut. Ich habe an meinen Kabel gedacht, ich habe eine Badewanne, ich habe einen Elzen oder so, und ich habe ein bisschen wie anders Wasser. Ich habe gesagt, wenn er so sehr erfahren ist, ich war nicht gewaschen. Ich habe mal ehrlich gesagt, ich habe gesagt, ich möchte jetzt die Frontkotter, ich wasche ihn ab. Das ist ja ein paar Masseärzungen, dass ich gleich gehen lasse. Und ja, ich sage mal ein bisschen den Druck, wenn ich nach vorne, dass ich eine Badewanne noch mal schüttelte, ja. Dann habe ich gerade ein bisschen eine Wandschütteln. Doch, ein bisschen hat er gemacht. Ja, im Bad noch, wo das ja nicht stimmt. Ja, das ist ein Bad, wo es ja trocken ist, dann habe ich dieses Bektar freigegeben. Das ist so, ich habe das neue Pferd. Ne, das ist ja auch immer ein Verblech, ne? Spot on, okay. Und dann habe ich ihn da drauf gemacht, dann ist er halt, ich habe Angst. Ich habe auch sehr froh, wenn man sich gut war, das ist das andere, dass ich mir jetzt kann nicht, aber ich möchte schon lange weggeschmeißen, dass er auch immer wieder kippen ist, die Oma auch speichern.